Willkommen zurück bei Assassin's Creed 4 Schreiner Freiheit. Freund, wechselt die Wache hier häufig? So oft wie der Tag zur Nacht wird. Hab Dank. Wenn du ein Freund bist, beweise es. Aber immer doch. Okay. Warte mal! Ups. Was war optional? Den Auftrag töten, der die Sklaven führt. Warte mal, wie kommen wir denn? Boah, ich ass die Nachtschicht. Ich hatte schon dreimal Nachtschicht diese Woche. Ich bete, dass mir das nicht passiert. Wenn das so weiter geht, ist es für immer ihr Fell. Ich dachte immer, ihr an der Villa wäre es irgendwie interessant. Doch ich kriege nie etwas Gutes zu hören. Versuch mal, was könnte jetzt schief gehen? Alter! So. Munition, hast du was? Nachweide, aha. Können wir nicht benutzen? Wir haben ja kein Rohr. Verdammt. Scheiße. Kann man hier durch? Ne, auch nicht. So. Kann man hier hin. Tschüss. Na komm. Na, sehr schön. Der ist auch schon mal weg. Was sagst du? Das Problem ist halt, wir können... Wir haben ja nichts. Komm jetzt mal rüber. Tschüss. Kommst du jetzt endlich mal hier hin? Na gut, aber auch mal Zeit. So, tschüss. Okay. Okay. Das sehe ich... Keiner. Wir können nicht schnell hier oben rein. So. Da hinten ist zwar einer, aber... Tschüss. Oh. Ok. Tschüss. Dreh dich mal um und geh weg. Hallo! Schwupp! Ich glaube, der ist so jetzt weg. Okay, wollen wir... Ah, das scheint der Einzige da zu sein. Fuck! Oh! Ha! Den habe ich ja gar nicht kommen sehen. Aber... Jetzt ist der auch schon weg. So. Du sollst den Typ hier aufheben. So, hier ist nichts passiert. Da sind aber welche. Aber hier ist... Hier ist erstmal keiner und können wir hier jetzt mal hoch. Ups! Wenn wir schnell sind... Ich riskier's mal. Sehr gut. Müssen wir nur den... Nein, wir müssen in die Villa rein. Wie kommen... in die Villa rein? Ah, hier geht's... hier geht's schon mal nirgendwo rein. Gut. Können wir einfach durch die Tür? Auch nicht. Ha! Hallo. Oh, Schiss, haben beide gehört. Ich würde mal sagen, das war knapp. So. Meine Hüte. Alle bitte. Ich komme nach unten. Ich komme nach unten. Wie komme ich da rein? Zahra Zahra Ich muss jetzt nur irgendwie hier reinkommen. Ah, warte mal. Die Expedition kostet mehr als unsere ursprüngliche Berechnung nahelegte. Es heißt, ihr hättet einem Mädchen von Bastien ein Juwelenwert der halben Flotte geschenkt. Erklärt das den fehlenden Betrag? Was ich mit meinem Geld mache, ist meine Sache. Was ist mit den Geldern vom letzten Monat? Navigation ist eine kostspielige Wissenschaft. Das ist wohl wahr. Wenn man jeden Faden mit parfümierter Seiden misst. Okay. Und jetzt? Das Versteck erreichen. Zack. So. So, hier. Wenn kein passendes spanisches Schiff verfügbar ist, warum kein französisches nehmen? Wollt ihr einen Krieg anfangen? Der Frieden zwischen unseren Ländern ist brüchig. Wir können uns nicht leisten, irgendeinen Verdacht zu erregen. Euer Name wird mit meinem in die Geschichte eingehen, wenn ihr mir die Gelder und das Schiff deckt. Danke. Doch, ich muss eine teure Kolonie regieren. Bei den vielen Sklaven, die ihr einführt, dachte ich schon. Selbstzwangsarbeit ist nicht umsonst, mein Freund. Sklaven müssen teuer ersetzt werden. Die armen Biester sterben, bevor sie sich vermehren. Auch Sklavenschiffe würden von besserer Navigation profitieren. Weniger Unglücksfälle. Nun, das ist interessant. Okay. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie weg. Gehen wir einfach wieder andersrum. Warte mal, da hinten können wir irgendwo hier Sklaven befreien. Das machen wir. So. Verdammt, der hat die umgelegt. Scheiße. Das war wohl nichts. Na gut. Dann nehm dich. Dann holen sie ab. Hopp. So. Und hopp. Okay. Also, was habt ihr erfahren? Der Gouverneur überschätzt sich. Trotz seiner Wachen hätte ich ihn mit eigenen Händen töten können. Er hätte es verdient. Warum glaubt ihr, dass ihr ihn braucht? Ich halte Freunde in der Nähe. Und Feinde noch näher. Auf welcher Seite steht ihr? Sagt ihr mir, was ihr erfahren habt? Wer lenkt ihn ab? Ein dreister Forscher, Goudin, bettelt beim Gouverneur um Geld. Es geht um eine Expedition und Navigationstechniken. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Hat sich mein Netzwerk gegen mich verschworen? Glaubt der Hafenmeister, ich gebe ihm die besten Mädchen, weil ich nett bin? Wünscht ihr, dass ich weiterforsche? Ich gebe zu, als Mann der See fasziniert mich die Wissenschaft der Navigation. Nein. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr wollt. Aber geht, ich muss nachdenken. Oha. Und wir haben nichts geschafft. Aber ich fand's trotzdem sehr schön. Ein bisschen mit Schleichen da vorankommen, dass man nicht entdeckt wird. War nett. So. Wir könnten direkt weitermachen, aber... Nee, glaube ich nicht. Äh, ich würde gerne mal den letzten Aussichtspunkt schnell noch holen. Bevor wir mit der Diskussion weitermachen. Äh, natürlich genau das. Egal, ich will den trotzdem hin. Nee, ich dachte, wer da drin ist, aber doch nicht. Okay. Wir haben mal ein paar Kühle, die könnten hier auch einfach rauslaufen. So. Okay, hier waren wir noch gar nicht. Wenn wir auch da einmal den wir Sachen einkaufen können, das vermute ich dann da oben. Hier kommt erstmal, wir haben einen schönen Sperrgebiet, hier ruht. Ich hab dir doch gerade gewollt, das ist... Ach du Scheiße. Aua. Zack, geblockt, was sagst du dazu, bam. Tschüss, so, sie kommt auch dran und... Dich nehmen wir auch noch mit, so. Ach du auch noch? Aber wenn das so ist... Der konnte von uns entscheiden, ob er jetzt tot ist, soll ich... Ich soll nicht tun, aber fast wahrscheinlich oben drauf. Äh, schau mal mal eben. Genau, hier ist so gut. Neh mal mit. Hopp. Ach so, es wäre nur, okay. Juhu. So war schon wieder, das kann ja lustig werden. Ach du Scheiße. Na, da werden wir die ganzen Sachen hier haben. Hihi. Will ich erstmal sagen, wir müssen schlafen. Batsch. Das saubortieren wir mal eben. Und... Die schalten wir aus. So. Hallo. Hier. Komm mal hier hin. Na, also. So. Ja, hallo? Warum? Warum? Warum hat er die Gart nicht? Egal. Ach du Scheiße. Och. Hallo. Wenn du... Wenn du dich in der Lage hast. Wenn du dich in der Lage hast. Wie er ist. Zack. Schrapp dich. Na, jetzt. So. Das war knapp. Hier oben haben wir irgendwas. Machen wir erstmal eine Truhe. Das andere schauen wir dann später mal. Okay, weiter geht's. So. So. Und. Zack. Löse Feuer. Komm mal hier hin. Hallo. Tschüss. Wow. Das war knapp. So. Ups. Nicht getroffen, egal. Hey, Alter. Na komm, Alter. Auch du hier hin. So. So. Okay. Aber dann würde ich mal sagen, das soll es für heute gewesen sein, Freunde. Im nächsten Part schauen wir dann hier mal weiter. Ich sage erstmal bis dann und tschau.